Der Vorhang im Tempel zerrissen, zwei Stücke, und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf. Nichts ist für die Ewigkeit! Nichts! Gehasst! Verdammt! Verdammt! Und sie werden bei uns sein, alle Tage, bis an der Weltende! ittsverheounding Donnerr WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR